Hallo meine Puppas, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Es ist soweit, ich gebe euch in diesem Video den neuen Namen von meinem Online-Shop bekannt, von meinem Schweizer Make-Up Online-Shop. Aber ich denke, einige von euch, die ganz schlauen, okay, aber schlussendlich war es nicht mehr so schwierig rauszufinden, haben jetzt schon rausgefunden, wie er heißen wird. Also mein Shop ab sofort wird nicht mehr www.fashionpuppa.com heißen, sondern www.houseofmakeup.ch Ich denke, ich habe genau ins Schwarze getroffen mit dem Namen, weil ich wollte ja etwas, was mehr nach einem Geschäft tönt und nicht so, ja, dass man es nicht, es muss etwas sein, was man gut aussprechen kann und was man gut in Erinnerung vor allem behalten kann. Also in die Erinnerung ist ja ein wichtiger Faktor. Und ja, ich denke, dass eben House of Make-Up trifft den Nagel auf den Kopf. Sagt man das so? Ich denke ja. Und ja, ich habe lange hin und her überlegt, weil es musste wirklich etwas sein, was, was, wisst ihr das, wenn man etwas, dass man das richtig, es sich auch richtig anfühlt. Und das hatte ich jetzt mit diesem Namen total, wie ich auf die Idee gekommen bin. Das waren natürlich wie immer meine, alle meine kreativen Sachen kommen mir mitten in der Nacht, so drei, vier Uhr morgens in den Sinn. Danach bin ich dort so, oh, da kann ich nicht mehr schlafen. Und ja, was wird sich ändern? Eigentlich ändert sich nichts viel Spezielles. Habe ich jetzt ausgespuckt? Jetzt wird, es wird sich nicht viel Spezielles ändern. Es bleibt immer die gleiche Seite, alles gleich. Und natürlich muss der neue Name, die neue Namensnennung, mein neues Baby hat einen neuen, mein Baby hat einen neuen Namen sozusagen, muss das richtig gefeiert werden. Und zwar, ich werde jetzt hier feiern, auf YouTube könnt ihr einen 60 Franken Gutschein gewinnen für meinen Online-Shop. Kommentiert hier unten, schreibt, wie ihr den Namen findet oder was weiß ich. Schreibt mir etwas Liebes, schreibt mir was für Marken, die euch noch weiter wünscht. Wie ihr wisst, wir sind immer fleißig dran. Unser Magazin platzt schon wieder fast, aber wir haben, ich schaffe noch mehr Platz. Und ja, eben schreibt mir alles, was ihr in der Schweiz findet, möchtet, weil natürlich eben, wenn ich in der Schweiz wohne, ist man einfach ein Schweizer Online-Shop. So könnt ihr problemlos einkaufen, ohne Gefahr vom Zoll, den verhassten Zoll und alles mögliche. Und ja, eben, ihr wisst ja, welche Marke ihr bei mir finden könnt. Real Techniques Beautyblender W79, eine mega große Auswahl, die ist ja bei euch super angekommen, ich bin total schockiert. Was haben wir noch? Oh mein Gott, Beautyblender, Conjax Sponge, habe ich das schon gesagt, ich will nicht mehr Wet n Wild, dann BH Sleek, wie konnte ich das vergessen, Beauty UK, Zoeva, oh mein Gott. Viel zu viel, wo ich nicht mehr weiß, nix natürlich. Und es kommen noch ganz viele, wo ich auch noch verhandelt bin. Und ja, jedenfalls, lasst uns zusammen feiern. Ihr könnt einen 60 Franken Gutschein gewinnen hier, aber auch auf Instagram. Wir haben eine neue Seite, sozusagen, eröffnet du für den Shop, damit ich euch auf meinem persönlichen nicht allzu voll spamme. Und sozusagen, auf Instagram werde ich es auch unten verlinken. Also kommen wir zuerst zu der Verlosung hier, auf meinem Fashion Pupa Kanal. Bei mir zu Hause, das ist wie ein Fenster, wenn ihr das aufklickt, kommt ihr in meine Nicole Welt. Und ja, jedenfalls, eben 60 Franken Gutschein, was müsst ihr dafür machen, kommentiert, was ihr wollt, kommentiert, was ihr wollt, hier unten, teilt das Video auf eurer Facebook Page. Und ja, kommentiert mir unten, wie findet ihr den Namen. Ja, lasst mir etwas, eben was für Marken wünscht ihr euch. Und ja, ihr könnt so viel mal kommentieren, wie ihr möchtet. Teilt das auf eurer Facebook Page, so wissen alle euren Schweizer Freundinnen, dass es auch coole Kosmetik in der Schweiz zu kaufen gibt. Ein bisschen Eier werden, ja. Und ja, jedenfalls, eben lasst es da, ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt das auch aus Deutschland mitmachen, kein Problem, ihr könnt das der ganzen Welt mitmachen. Wo die Post schickt, schicke ich hin. Und ja, eben lasst es, kommentiert das unten dran. Dann kommen wir zu der Verlosung auf Instagram. Auf Instagram ist die Verlosung interessantere, denke ich, oder? Ja, ich weiß nicht. Auch sagen wir auf Instagram habt ihr mehr Chancen, ihr könnt natürlich überall mitmachen. Das könnt ihr gewinnen, ich werde euch jetzt hier einblenden. Auf Instagram könnt ihr drei Sets, also drei verschiedene Personen können gewinnen, die vier Paletten von W7. Und die sind ja so heiß begehrt, also ich war so verrückt, ich hatte die im Shop und die waren dann schon wieder weg. Und ich hatte nicht nur eins, zwei, sondern ich hatte wirklich eine Menge. Und jedenfalls eben, auf Instagram könnt ihr drei von diesen Sets, sozusagen die vier Paletten, drei Personen können diese vier Paletten gewinnen. Für die Verlosung auf Instagram ist ganz einfach, folgt House of Makeup Schweiz, ich werde das unten verlinken. Und folgt mir Fashion Pupa, auch auf Instagram. Das werdet ihr alles hier unten finden. Und dort werdet ihr nachher finden, auf Instagram, was ihr machen müsst. Und ja, wann die Verlosung dauert, werde ich euch hier einblenden. Und ja, so, ich bin ein bisschen aufgeregt, ihr merkt das sicher, weil ich ein bisschen... Ja, viele fragen mich auch nach, was mit dem Fashion Pupa Pinsel ist, ob die wieder nachkommen, weil die sind ja alle weg, außer ein Sets habe ich noch ein paar, drei, vier denke ich, habe ich noch. Die anderen zwei Sets sind weg, die waren schnell rucki zucki weg, ich bin verrückt. Natürlich, ihr seid verrückt. Natürlich arbeiten wir jetzt, wir müssen jetzt dran schauen, was wir machen, weil ich habe jetzt ganz viele andere Ideen und wie wir das, wenn ich ein bisschen möchte, die Pinsel ein bisschen umgestalten, schauen wir mal an, das folgt alles noch. Also 2015 wird sicher ein tolles Jahr. Und ich danke euch für eure Treue, all meinen Kunden und auch euch, all meinen Zuschauerinnen und meinen lieben Schatzikutzis. Und ja, ich hoffe, ihr macht mit der Verlosung mit und eben teilt dieses Video und ja, sagt mir, was ihr darüber denkt und ich hoffe, ich liebe, macht's gut. Tschüss.